2000 Euro pro Monat mit YouTube verdienen, das funktioniert tatsächlich und zwar zeige ich dir das Ganze an meinem eigenen Account als kleinen Beweis, dass es wirklich möglich ist und ich werde dir ein komplettes Tutorial mit auf den Weg geben, wie du das Ganze auch schaffen kannst und zwar ohne Vorerfahrung, ganz einfach, indem du die Schritte einzeln nachvollziehst, mir quasi über die Schulter schaust und so auch in diesem Jahr ganz einfach deinen eigenen YouTube-Kanal aufbauen kannst. Ich verrate dir meine Tipps und Tricks, ein paar zusätzliche Tools, die sehr, sehr wichtig sind und vor allem hoffe ich, dass du von mir lernen kannst, die Fehler nicht zu machen, die ich zu Beginn gemacht habe. Also steigen wir direkt ein. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mit einem etwas anderen Video, denn ich zeige euch anhand meines eigenen Kanals, den ihr hier ja schon sehen könnt, meine Einnahmen, die ich generieren konnte mit YouTube und zwar regelmäßig und ich möchte euch erstens beweisen, dass es möglich ist, 2000 Euro pro Monat nur mit YouTube zu verdienen. Zweitens zeige ich euch an meinem Account, wie genau ich das geschafft habe, damit ihr als eine Art Tutorial von mir lernen könnt, wie ihr das Ganze auch aufsetzen könnt. Ich verrate euch Tipps, ich verrate euch Tricks, meine Tools, die ich benutze, um meinen Kanal aufzubauen und auszubauen und wir gucken wirklich ganz, ganz tief rein in die Videos, wie sie funktionieren, wie sie geplant werden und wie du dir deinen eigenen YouTube-Kanal aufbauen kannst. Am besten holst du direkt jetzt schon etwas zu schreiben und notierst die wichtigsten Dinge, denn es würden viele Dinge auch einfach so nebenher wahrscheinlich fallen und das sind manchmal die wichtigsten Dinge, die du auf keinen Fall oder auf jeden Fall tun solltest, um deinen Kanal wachsen zu lassen. Wenn du Spaß daran und am Online-Geldverdienen hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir jetzt ein Like für dieses Video da lässt. Natürlich freue ich mich umso mehr auch über ein Abo und wenn du die Glocke aktivierst, dann kriegst du sogar automatisch eine Information, sobald es hier etwas Neues bei geniale Geldideen rund ums Thema Geldverdienen im Internet gibt. Also, steigen wir direkt ein, es geht heute um das Thema YouTube. Wenn du deinen YouTube-Kanal oder einen YouTube-Kanal aufbauen möchtest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir im Klaren bist, dass es nicht so funktioniert wie viele andere Dinge, bei Instagram beispielsweise, dass du mit einem einzigen Post auf einmal unzählige Follower hast. YouTube ist, wie es immer so schön heißt, ein Marathon und kein Sprint und das bedeutet, du wirst eine Durststrecke haben. Egal wie toll deine Nische ist, egal wie granios deine Videos sind, zunächst mal muss YouTube ja in der Lage sein zu erkennen, dass dein Content gut ist und dass es Menschen gibt, die deinen Content sehen wollen. Und wie du diesen Content erstellst, das gucken wir uns gleich an. Wie du einen Kanal aufbaust, das gucken wir uns gleich an und worauf du achten solltest, in welcher Nische du unterwegs sein musst oder kannst, das besprechen wir ebenfalls. Und wenn du ganz bis zum Schluss dran bleibst, dann zeige ich dir ein wirklich exklusives Dokument mit den Nischen, die tatsächlich richtig, richtig lukrativ sind. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass viele Menschen, die gerade jetzt überlegen, sich einen YouTube-Kanal aufzubauen und den zu monetarisieren, töten würden für einen einzigen Blick auf dieses Dokument. Das kriegt ihr von mir kostenlos am Ende dieses Videos. Bevor ich zeige, wie ich es gemacht habe, damit ihr mir Schritt für Schritt folgen könnt, zeige ich euch erstmal, dass es tatsächlich möglich ist. 2.000 Euro pro Monat mit YouTube zu generieren. In einem meiner letzten Videos und um meine Einnahmen hatte ich mir drei Ziele vorgestellt und die habe ich konsequent verfolgt. Die 12.000 Abonnenten habe ich bisher noch nicht geschafft, aber da sind wir auf einem ganz guten Weg gemeinsam. Freue mich natürlich, dass ihr weiterhin meinen Content so gut findet und fleißig versucht, auch nachzuvollziehen, wie ihr selbst online Geld verdienen könnt. Außerdem hatte ich mir als Ziel gesetzt, 2.000 Euro pro Monat mit YouTube zu verdienen. Das ist mir gelungen, das zeige ich euch jetzt. Und drittens wollte ich eine Kanalmitgliedschaft und ein eigenes Coaching rund ums Thema YouTube realisieren. Auch das ist mir gelungen. Wenn wir jetzt nochmal hier auf meinen Kanal gucken, dann seht ihr hier den Button Mitglied werden. Den gibt es mittlerweile und das bedeutet, es gibt eine Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr da drauf klickt, dann startet ein kleines Video, das euch erzählt und erklärt, was für Vorteile ihr habt. Und da ist beispielsweise eine Möglichkeit dabei, dass ich deinen YouTube-Kanal checke und überprüfe. Und im Megapack, da ist auch ein komplettes Coaching mit mir persönlich integriert. Also all diese Angebote, die habe ich tatsächlich realisiert. Falls du da Spaß dran hast, schaue gerne mal rein. Und außerdem habe ich es tatsächlich geschafft, 2.000 Euro pro Monat mit meinem verhältnismäßig kleinen YouTube-Kanal zu verdienen. Und genau da gucken wir jetzt mal rein. Und wir sind auch direkt in meinem Backend. Ich will da gar nicht um den heißen Brei rumreden. Ihr seht hier meine Einnahmen aus dem Monat Juli 2021. Und das sind tatsächlich 2.050,11 Euro. Und wenn man sich die Veränderungen anschaut, dann seht ihr hier unten, dass sich das verhältnismäßig gut entwickelt hat. Dann hatte ich tatsächlich im Mai und im Juni eine Durststrecke, hätte ich jetzt fast gesagt, wo es in Anführungszeichen nur 1.500 Euro, 1.593 Euro waren. Und dann der Juli echt gut funktioniert hat mit 2.050,11 Euro. Warum ist das trotz meiner nur 8.000 und ein paar zerquetschten Abonnenten und Abonnentinnen so hoch? Das liegt vor allem daran, dass ich einen relativ hohen, wiedergabebasierten CPM habe. CPM ist nicht die Abkürzung für Currywurst, Pommes, Mayo, sondern Cost per Mill. Das ist also der Betrag, den Werbetreibenden, also diejenigen, die Anzeigen vor und in meinen Videos buchen und dann schalten. Das sind diese Videoanzeigen, die ihr als Werbung vor meinen Videos eben sehen könnt. Dass die pro 1.000 Aufrufe auf meinem Kanal 59,94 Euro bezahlen. Was bei mir hängen bleibt, ist dann der sogenannte RPM. Das sind aber immer noch 38,73 Euro. Zum Vergleich, dass viele andere YouTuber, die nicht in dieser Nische im Bereich Online-Geld verdienen und Online-Business unterwegs sind, haben da wesentlich weniger, die haben eben keinen CPM von fast 60 Euro, sondern einen CPM von 3 bis 6 Euro. Und das ist schon verhältnismäßig gut bei so Spaßkanälen und Funkanälen, die im Grunde nur ihr Leben vorstellen oder lustige Videos zusammenschneiden und hochladen. Das bedeutet, ich brauche wesentlich weniger Aufrufe und wesentlich weniger Abonnenten, um einen wirklich signifikanten Umsatz zu machen. Und das ist, wie gesagt, Vorsteuern und allen anderen Abzügen, ist das, was bei mir hier ankommt, 2.050 Euro. Spannenderweise im Vergleich zum Vormonat ein Umsatzgewinn von 35 Prozent. Das war also richtig, richtig nett. So, wie habe ich das jetzt geschafft? Ich sage das nicht und zeige das nicht, um hiermit anzugeben, sondern um euch zu motivieren, dass es tatsächlich möglich ist, das zu tun. Denn ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Ich habe jetzt keine besonderen Fähigkeiten und habe deswegen solche Umsätze mit YouTube realisieren können, sondern ich bin einfach am Ball geblieben. Und noch ein kleiner Motivationsschub, denn es kann ein bisschen dauern, wie lange zeige ich euch gleich, bis ihr so viel Geld verdienen könnt. Und alles das, was ihr macht auf dem Weg dahin, kann euch im Nachgang immer wieder und wieder Geld geben und Geld bringen. Das ist das Schöne, weil YouTube-Videos auch nach Monaten, vielleicht sogar nach Jahren noch angesehen werden. Im Juli war das erfolgreichste Video mit 167 Euro in einem Monat Digistore24, eine komplette Anleitung zu dieser Affiliate-Marketing-Plattform. Und dieses Video, das ist ein gutes Jahr alt mittlerweile. Und das bedeutet, du kannst also auch mit Evergreen-Content richtig viel Umsatz machen. Wie gesagt, das war das erfolgreichste Video, erfolgreicher als alle anderen Videos, die ich in diesem Monat hochgeladen habe. Wenn du jetzt deinen YouTube-Kanal starten möchtest, worauf solltest du auf jeden Fall achten? Es gibt für mich ganz wichtige Punkte. Erstens, du solltest auf jeden Fall in einer Nische unterwegs sein, die dir liegt, zu der du etwas sagen kannst. Du musst jetzt nicht in den Bereich Online-Marketing gehen, nur weil das potenziell viel Geld bringt. Kannst du natürlich machen. Dann solltest du aber auch da Ideen haben und ein wenig Experte sein. Also du musst schon wissen, wovon du redest. Und wenn du in diesem Bereich keine Erfahrung und keine Kompetenz hast, dann such dir irgendwas anderes aus. Denn du musst davon ausgehen, dass du regelmäßig immer wieder und wieder Content produzieren musst. Das kann aufregend sein, das kann aber auch sehr anstrengend sein. Auch wenn du am Anfang sagst, oh, ich weiß da so viel und kein Problem, ich kann jeden Tag ein neues Video raushauen. Das wird auf Dauer, wenn du das ein halbes Jahr versuchst oder ein ganzes Jahr versuchst und versuchst durchzuziehen, sehr, sehr herausfordernd. Also es ist nicht so, dass man einfach mal ein Video runterdreht und dann war es das. Vor allem, wenn du einen eigenen Anspruch an die Qualität deiner Videos hast. Also such dir eine Nische, in der du dich gut auskennst. Und gerade für Anfänger wichtig, je spitzer die Nische, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass YouTube diese schneller vorschlägt und dass du auf gezielte Abonnenten triffst und Menschen, die genau dieser Bereich interessiert. Also Beispiel, wenn du sagst, ich möchte jetzt einen YouTube-Kanal im Bereich Abnehmen beispielsweise machen oder Gewichtsverlust, es gibt ja auch so Diätkanäle, die irgendwelche Rezepte vorstellen, dann ist das ein sehr, sehr breites Feld und versuch, dich am Anfang zu spezialisieren und so spitz wie möglich reinzugehen. Das bedeutet, du würdest nicht sagen, abnehmen, sondern würdest sagen, ich mache einen Kanal nur für Rezepte für Keto-Diät oder sowas. Also je spitzer, desto besser, um mit YouTube zu starten. Wenn du weißt, welche Nische du hast, dann kannst du beginnen, einmal deinen YouTube-Kanal zu gestalten. Und da musst du auch gar nicht das Rad neu erfinden, aber du solltest zumindest die wichtigsten Sachen rund um deinen Kanal realisieren. Das wäre zumindest, wenn wir auf die Übersicht gucken, dass du erstmal deinen Kanal-Banner erstellst, das so ein bisschen zu dem Rest deines Auftritts passen sollte. Das sollte zu deinem Profilbild passen, zu deinem Kanal-Namen. Da kannst du auch relativ viel mit spielen. Du kannst einfach ganz schnell dir was einfallen lassen, kannst aber auch hier schon versuchen, mit Keywords zu arbeiten. Das bedeutet also, wenn du deinen Kanal-Namen dir einfallen lässt, kannst du jetzt schon überlegen, okay, was möchte ich denn, was die Menschen von meinem Kanal lernen. Und so könntest du diesen Kanal dann auch nennen. Also beispielsweise Keto-Rezepte oder Keto-Rezepte Germany. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist. Wenn du einen Personality-Kanal aufbaust, dann könnte da einfach nur dein Name stehen. Und dieses gesamte Erscheinungsbild sollte ein kleines bisschen zu dem Rest passen, also auch zu den Thumbnails, die du hinterher erstellen möchtest. Wo kriegst du die her? Die beste und einfachste Möglichkeit ist immer von Canva. Canva ist eine kostenlose Plattform und da das ja dein persönlicher Kanal hinter sein wird, kannst du hier ganz einfache Vorlagen erstellen, die bearbeiten, kostenlos runterladen und dann eben benutzen. Wenn du also hier bei Canva YouTube einbaust und eingibst in die Suche, dann gibt es hier gleich YouTube-Kanalbilder, YouTube-Miniatur, YouTube-Symbol. YouTube-Symbol, das wären also die Kanal-Profilbilder beispielsweise. Da gibt es viele Vorlagen. Das sind die, die dann eben in deinem Kanal hier an diesem Bereich eingeblendet werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, sogenannte YouTube-Miniaturen, so nennt sich das auf Deutsch bei Canva, zu erstellen. Denn das sind die berühmten Thumbnails. Und je aufregender und herausragender diese Thumbnails sind, da gibt es auch ganz viele kostenlose Vorlagen, desto besser. Dieses hier zum Beispiel ist eine kostenlose Vorlage. Die kannst du nutzen, kannst ein anderes Bild hier einbauen, wenn du beispielsweise möchtest. Du kannst andere Texte hier reinbauen, kannst die an unterschiedliche Positionen schieben und so weiter. Und dadurch individuelle Thumbnails erstellen, die ganz einfach runterladen und dann als Thumbnail in deinen YouTube-Videos verwenden. So wie ich das hier beispielsweise auch gemacht habe. Und versuche hier schon direkt, einen einheitlichen Stil einzuhalten. Das ist nur für den Anfang schon mal ein ganz, ganz guter Tipp. Denn wenn Menschen auf deinen Kanal kommen, dann möchten sie sehen, was du da so treibst. Und möchten eine gewisse Erwartungshaltung auch erfüllt bekommen. Deswegen sollte alles zumindest optisch ein kleines bisschen zueinander passen und natürlich zu deinem Thema. Wenn du deinen Kanal erstellt hast, dann ist es wichtig, natürlich Content zu produzieren. Wo kommt der Content her? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es kommt immer darauf an, was du machst. Ich habe mir ein sogenanntes Swipe-File erstellt. Swipe-Files sind eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das ist im Grunde ein Sammelsurium aus Inspirationen, aus Ideen, aus Bildern, aus Texten, aus Screenshots, aus anderen Videos, die ich im Internet gefunden habe, von Blogartikeln. Also überall, wo ich Inspirationen für meine Videos herbekomme. Und das muss nichts Aufwendiges sein. Das ist einfach nur eine Zusammenstellung von Ideen, in der ich immer so ein bisschen rumsuchen und rumsurfen kann. Das ist erst mal komplett unsortiert. Und da gucke ich dann, was ist denn gerade aktuell? Bei mir ist das ganz einfach ein Notizblatt. Und ihr seht schon hier auf der rechten Seite, wenn ich hier durchscrolle, das sind die Ideen, die momentan alle noch so in der Pipe sind. Da sind ein paar Smiley, ein paar Texte, ein paar Halbzusammenfassungen und so weiter. Und Links, Links, Links zu allen möglichen Bereichen. Also sehr, sehr viel, was ich noch im Kopf habe und auf meinem kleinen Ideenheftchen, damit mir der Content für euch nicht ausgeht. Und das Ganze kann dann hinterher, im wahrsten Sinne des Wortes, kanalisiert werden, mithilfe eines Templates. Das würde ich euch auch empfehlen, damit ihr euch nicht vergaloppiert. Wenn ihr also jetzt überlegt, ein Video zu erstellen zu einem bestimmten Thema, nutzt auf jeden Fall eine Vorlage für Content-Erstellung mit YouTube, um den Überblick nicht zu verlieren. Ihr könnt da selber was in Word erstellen, ihr könnt es per Hand schreiben, ihr könnt eine Excel-Tabelle erstellen. Aussehen könnte so etwas beispielsweise so. Das ist das Template, was ich benutze, mein YouTube Video Planner. Solche Vorlagen gibt es beispielsweise auch als PDF bei Etsy. Das ist auch eine Plattform, wo eben unterschiedlichste Dienstleistungen und aber auch Produkte angeboten werden. Und da kriegst du unterschiedlichste Vorlagen. Mir reicht das eigentlich. Es gibt auch welche, die viel, viel detaillierter sind. Aber das ist das Template, mit dem ich arbeite. Das bedeutet, ich kann hier oben den Videotitel eingeben. Ich habe meine Keywords. Das ist auch ganz wichtig, wie du die bekommen kannst, damit deine Videos auch gefunden werden können über die Suche. Dazu kommen wir gleich noch. Dann die Kategorie. Das ist für mich die Playlist. Ich habe mehrere Playlists bei mir auf dem Kanal zum Thema Kryptowährungen beispielsweise, zum Thema Affiliate Marketing, zum Thema Aktien und Investieren. Also hier kommt dann für mich in meinen Videos bei Kategorie dann die entsprechende Playlist rein. Hier fasse ich kurz den Content zusammen, also das Manuskript, worum es in diesem Video gehen wird. Und bei Description schreibe ich komplett schon mal vor, welche Videobeschreibung in der Beschreibung des Videos dann hinterher zu sehen sein wird, in der Kurzbeschreibung. Das heißt also, der Videotitel ist komplett fix, die Videobeschreibung ist komplett fix. Und dann gibt es hier noch ein paar strukturelle Punkte. Wenn ich beispielsweise für dieses Video das erstellt habe, dann steht dann hier als erstes Intro, dann steht hier Beweis 2000 Euro pro Monat, dann steht hier YouTube Background, drei wichtige Punkte und so weiter und so weiter. Und hier noch ein paar Notizen, die ich mir gemacht habe rund um dieses Video. Wenn du aktiv im Bereich Social Media, um mehr Traffic aufzubauen, deine Videos, wenn sie erstellt wurden, teilst, kannst du hier Checkboxen aktivieren, zu sagen, okay, ich habe das auf Pinterest und auf Facebook und auf Instagram beispielsweise schon geteilt, dann weißt du jederzeit, zu welchem Video, was du schon erledigt hast. Das Wichtigste auf jeden Fall Videotitel, Keywords und die Videobeschreibung. Warum? Weil du so sicherstellen kannst, dass du die Erwartungshaltung der Zuschauenden erfüllst. Denn wenn in einem Videotitel etwas steht und in der Videobeschreibung etwas steht, dann sollte das bitte auch möglichst im Video zu finden sein. Also bitte nicht einfach irgendwie ein Video losdrehen, abdrehen, irgendwie schneiden und dann überlegst du dir hinterher, worüber habe ich denn eigentlich gesprochen? Und dann überlegst du dir einen Videotitel und dann überlegst du dir eine Beschreibung und dann machst du irgendwie ein Bildchen dazu für das Thumbnail. In dieser Form funktioniert das nicht. Also als Wichtigste zunächst die Idee haben, dann den Outline schreiben, dann bevor du das Video produzierst, den Titel, die Videobeschreibung und das Thumbnail erstellen. So ist alles kohärent und die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen ganz genau, dass das, was du in deiner Beschreibung, dann auch im Video zu finden sein wird. Und so sind alle glücklich und du kannst die Anzahl deiner Abos erhöhen. Und dann hast du im Grunde schon das Wichtigste, um mit YouTube loszulegen. Du hast deinen Plan, du kannst beginnen. Und was noch wichtig ist, ist auf jeden Fall Regelmäßigkeit. Du musst gerade zu Beginn regelmäßig Videos rausbringen. Deswegen übernimm dich nicht und sage, ich muss sofort jeden Tag zwei Videos veröffentlichen. Ich weiß, dass Kollegen wie Leon Schaudari beispielsweise pro Tag manchmal sogar drei Videos regelmäßig veröffentlicht. Aber wenn du loslegst und startest mit einem neuen YouTube-Kanal, dann überlege dir das zweimal. Denn du musst das über Monate hinweg dann auch regelmäßig machen. Warum musst du es regelmäßig machen? Weil der YouTube-Algorithmus Regelmäßigkeit belohnt. Und wenn du also sagst zu Beginn, ich möchte zweimal in der Woche ein Video erstellen, das ist schon anstrengend genug. Glaubt es mir, das mache ich seit über einem Jahr. Dann sollte das ein guter Beginn sein. Aber dann müsst ihr auch zu dem Tag oder zu den Tagen, an denen ihr das machen wollt, diese Videos bringen. Ihr könnt euch eine Pipeline aufbauen, also vielleicht zwei, drei vorproduzieren, die dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben veröffentlicht werden. Bei mir ist es montags und donnerstags in der Regel um 11 Uhr. Und das halte ich mittlerweile trotz auch Krankheiten oder Urlaub etc. regelmäßig ein. Es ist, glaube ich, noch nie passiert, dass ein Video nicht zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht wurde. Und genau diese Regelmäßigkeit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn ihr eben nicht nur über die YouTube-Suche gefunden werden wollt, weil ihr gute Keywords vergebt, sondern weil ihr dann auch regelmäßiger irgendwann vorgeschlagen werdet und dadurch dann signifikant eure Aufrufe und natürlich auch eure Abozahlen steigern könnt. Das sind die wichtigsten Punkte für den Einstieg. Wie machst du das Ganze jetzt und wie findest du Keywords? Und vor allem, was brauchst du überhaupt, um irgendwann mit YouTube Geld zu verdienen? Nun, das Wichtigste, um mit YouTube Geld zu verdienen, ist die Teilnahme im YouTube-Partnerprogramm. Und die kannst du beantragen, wenn du laut YouTube Voraussetzungen Inhalte hast, die den Richtlinien für die Monetarisierung von YouTube-Kanälen entsprechen. Das heißt, du darfst da keine Videos haben, die irgendwie sexuelle Inhalte haben, die diffamierend sind, die rassistisch sind. All solche Sachen darfst du natürlich nicht veröffentlichen. Die sind nicht zu monetarisieren. Du musst in einem Land oder einer Region leben, in der das YouTube-Partnerprogramm verfügbar ist. Für die deutschsprachigen Länder ist das der Fall. Für deinen Kanal liegen keine aktiven Verwarnungen wegen eines Verstoßes gegen die Community-Richtlinien vor. Und dein Kanal hat, und das sind die wichtigsten Punkte, bei öffentlichen Videos in den letzten zwölf Monaten eine Wiedergabezeit von mehr als 4000 Stunden erzielt. Und du hast mehr als 1000 Abonnenten. Und musst last but not least deinen Kanal mit einem Google AdSense-Konto verknüpfen. Das sind die Punkte, die du erfüllen musst. Und genau das ist das, was viele, viele Menschen beschäftigt, nämlich diese 4000 Stunden und die 1000 Abonnenten. Und das dauert seine Zeit. Bei mir hat es etwa ein halbes Jahr gedauert. Wenn wir uns mal meinen Kanal seit Erstellung anschauen, dann seht ihr, dass am Anfang hier überhaupt nichts passiert ist. Also meinen Kanal gibt es seit Juni 2020 und ich hatte hier am 15. Juni ein Video erstellt. Und dieses Video hatte sage und schreibe 21 Aufrufe. Und da passierte ganz, 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 ganz lange nichts, obwohl ich schon begonnen habe, jede Woche zwei Videos hochzuladen. Damit ihr seht, das kann dauern. Also Mitte Juni, erstes Video, da ist nichts passiert. Dann gab es teilweise nur zwei Aufrufe, fünf Aufrufe, sieben Aufrufe. Und das eierte dann da so rum und es ist halt nichts passiert. Nichts passiert, diese ganze Zeit über. Und es wurde einfach nicht besser und nichts ist passiert. Und wie gesagt, seit Juni bis August immer noch zehn Aufrufe und dann erst Ende August, da hatte ich einmal pro Tag fast 100 und dann ging es hoch. Ja, ab dem 26. August. Das heißt, es waren schon mal über zweieinhalb Monate, bis ich überhaupt mal pro Tag mehr als 100 Aufrufe erzielen konnte. Und dann irgendwann geht das dann tatsächlich hoch, sodass dann tatsächlich mehr Aufrufe zu finden sind. Und da habe ich so das erste Mal im November die 1000 Aufrufe geknackt pro Tag. Und das ist schon echt eine Herausforderung, das durchzuhalten, ein halbes Jahr, bis du überhaupt erst mal merkst, dass das großartig angenommen wird. Und dann kann es aber relativ schnell gehen. Ich wurde Ende November 2020 dann bereits monetarisiert, also nach etwa fünf Monaten und hatte dann eben die erforderlichen 1000 Abonnenten und 4000 Stunden öffentliche Wiedergabezeit. Also du musst davon ausgehen, du musst so ein halbes Jahr wirklich eine heftige Durststrecke überwinden, wo überhaupt nichts passiert, bevor du dann beginnen kannst, online Geld zu verdienen. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, das besagt, dass du 33 Videos erstellen musst, um eins zu haben, was viral geht. Da ist was Wahres dran. Ich glaube, meins war das 27. oder so, was dann auf einmal durch die Decke gegangen ist. Das siehst du auch, wie gesagt, signifikant an den aufsteigenden Zahlen der einzelnen Aufrufe. Und bei mir war es tatsächlich dieses Video, 800 Euro mit PayPal pro Tag als Anfänger, habe ich veröffentlicht am 24.08.2020 und das ging dann so richtig durch die Decke. Und da habe ich einen Fehler gemacht und die Strategie nicht gefahren, die ich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht kannte. Denn die Regelmäßigkeit ist schön und gut. Du solltest aber, wenn du so ein Video hast, was auf einmal funktioniert, und das siehst du ja in den Statistiken, dann auf jeden Fall nachlegen. Und zwar zu einem ähnlichen Thema und zwar in einem schnelleren Rhythmus, um diejenigen, die gerade dieses Video cool fanden, mit ähnlichem Content zu begeistern und dafür zu sorgen, dass deine weiteren Videos ebenfalls geschaut werden. Denn YouTube honoriert ebenfalls, wenn die Videos oder mehrere Videos eines Creators nacheinander weggeschaut werden in einer sogenannten Watch Session. Also wenn du nicht nur dieses Video schauen würdest, sondern direkt siehst, oh, das ist aber cool und der hat ja noch irgendwas zum Thema PayPal Geld verdienen gemacht. Das gucke ich mir jetzt auch noch an und das wird dann tatsächlich ebenfalls positiv vom Google und beziehungsweise YouTube Algorithmus gewertet. Also da hätte ich eigentlich gleich nochmal, nicht nur zweimal die Woche, sondern in dem Fall vielleicht viermal die Woche, ähnlich thematisch gelegene Videos veröffentlichen müssen, ganz spontan und kurzfristig, um diesen Hype einfach mitzunehmen und noch schneller zu wachsen. Also ein kleiner Tipp für euch, wenn euch das passiert und es wird euch passieren, dass ihr nach einer anfänglichen Durststrecke, wie man hier sieht, ein Video habt, was wirklich durch die Decke geht, um noch schneller zu wachsen und schneller monetarisiert zu werden. Wie könnt ihr es jetzt schaffen, dass eure Videos gefunden werden? Wenn ihr eine bestimmte Nische habt, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dann ist es am sinnvollsten, Keywords zu nutzen und zwar in der Videobeschreibung und im Videotitel. Wo findest du diese Keywords und wie findest du diese Keywords? Ich nutze da gar keine großartigen kostenpflichtigen Tools, sondern nutze ganz einfach die YouTube-Suche. Und nehmen wir mal an, wir bleiben bei diesem Beispiel, du hast einen Keto-Diät-Kanal, dann kannst du einfach mal Keto eingeben und dann siehst du gleich hier ketogene Ernährung, Keto-Diät, Keto-Rezepte, Keto-Tropfen. Das sind so die Punkte, ketogene Diät ebenfalls, ketogene Rezepte und so weiter, die automatisch vorgeschlagen werden, weil andere Menschen in der YouTube-Suche danach suchen. Wenn du also diese Punkte hier einfach rausnimmst und in deine eigenen Tags reinsetzt, wie das geht, das zeige ich dir gleich, und natürlich irgendwie verwendest in deinen Videobeschreibungen und auf den Thumbnails und in dem Videotitel, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal groß, dass du, auch wenn du nicht vorgeschlagen wirst, über die YouTube-Suche gefunden wirst und dann deine ersten Abonnenten und begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer finden kannst. Das heißt, du schreibst dir ganz einfach raus, das sind die wichtigsten Keywords, die du benötigst und nutzt sie dann im Backend, um schon mal in ein Template das Ganze reinzuschreiben. Und das kannst du ganz einfach realisieren über die Einstellungen in deinem YouTube-Kanal. Da gehst du ganz einfach auf Standardeinstellungen für Uploads. Das bedeutet, hier kannst du einstellen, welche Inhalte und Informationen automatisch schon vorgefüllt sein sollen in jedem neuen Video, was du vorbereitest und hochlädst. Das heißt, du musst dann nur noch den jeweils aktuellen Beschreibungstext ergänzen und alles andere ist automatisch immer schon dabei. Also Standardeinstellungen für Uploads und da siehst du dann, du kannst einen Standardtitel hinzufügen, das macht aber keinen Sinn, und eine Videobeschreibung. Und die Videobeschreibung ist bei mir hier schon komplett vorgegeben. Da ist meine Kanalmitgliedschaft beworben, dass die Leute da draufklicken können. Da sind ein paar Affiliate-Links, die ich selber propagiere, weil ich einfach begeistert von diesen Ideen bin, hinterlegt und alles weitere. Und außerdem der Haftungsausschluss und der Hinweis, dass ich Affiliate-Marketing betreibe. Das sind die wichtigsten Sachen. Und wenn du weiter runter scrollst, findest du hier die Tags. Und hier ist der Punkt, an dem du deine Keywords, die du gefunden hast, für deine Nische schon mal standardmäßig eingeben kannst. Denn auch die werden berücksichtigt bei der YouTube-Suche bzw. vom YouTube-Algorithmus. Und wenn du das Ganze einmal eingetragen hast, gehst du auf Speichern und dann ist automatisch schon alles hinterlegt. Was heißt, bei jedem neuen Video hast du dann diese Beschreibung schon mal vorbereitet. Die Texte sind alle drin. Das Einzige, was du dann auch machen musst, ist wie gesagt, einen kurzen neuen Text hinzuschreiben für das jeweilige Video als Beschreibung. Und schon hast du ein neues Video veröffentlicht. Thumbnails und Grafiken, wie gesagt, ganz einfach mit Canva erstellen. Und kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der immer wieder gefragt wird. Das ist der Punkt, der lautet Steve. Wie schneide ich denn diesen ganzen Spaß jetzt? Wenn du also keine Möglichkeit hast oder keine Erfahrung hast und auch keine Software dir teuer anschaffen möchtest, empfehle ich immer die Software OpenShot. Das ist ein kostenloser Video-Editor. Das ist Open Source, gibt es einfach zum kostenlosen Download und da kannst du wirklich coole Videos mit unterschiedlichsten Tracks machen, die du übereinander legst, hin und her schieben kannst, mit Unterlegmusik ausstatten kannst und so weiter. Es gibt viele Vorlagen, die du nutzen kannst und da kannst du ganz einfach das Ding rausrendern und dann als dein YouTube-Video hochladen. Es ist also wirklich einfach zu machen und gerade für Anfänger und Einsteiger, die gar nicht so viel Erfahrung mit Videoschnitt und Bearbeitung haben, einfach hervorragend. Kleiner Tipp noch von mir. Wenn du bei Canva bist, dann findest du auch beispielsweise YouTube-Intros. Und das ist eine sehr coole Sache, um deinen YouTube-Kanal zu professionalisieren, wenn du ein kurzes Intro-Video haben möchtest. Wirklich sehr kurz, denn sonst lenkst du vom eigentlichen Inhalt ab und niemand möchte sich ein 20-sekündiges Video als Intro angucken, sondern die Leute möchten den Content sehen. Das ist audiovisuell. Leute müssen und möchten schnell Informationen finden. Aber du kannst YouTube-Intros auch nutzen. Das dauert hier in diesem Fall 12 Sekunden. Das ist schon fast zu lang. Es gibt auch sicherlich kürzere, die du nutzen kannst, die einfach schön dein Video einleiten und dann kannst du direkt losgehen. Zum Beispiel hier, das Video ist 5 Sekunden lang. Wenn du im Gamer-Bereich unterwegs bist, kannst du dieses Video hier zum Beispiel nutzen. Du kannst natürlich auch hier den Text und das Logo etc. alles anpassen. Und dann ist es eine 3-sekündige Animation, die einfach so durchläuft. Und sicherlich eine schöne Animation ist, die du nutzen kannst für dein eigenes Video oder für deine eigenen Videos, für deinen Kanal. Du hast also jetzt erfahren, worauf du achten musst, wenn du ganz neu in diesem Jahr einen neuen YouTube-Kanal aufbauen möchtest. Wie du eine Nische herausfinden kannst. Wie und warum du regelmäßig Videos hochladen musst. Ich habe dir mein Template gezeigt, mit dem ich arbeite, um nicht durcheinander zu kommen und den Content wirklich sauber planen zu können. Du hast gesehen, wie und mit welchem Programm du die Videos zusammenschneiden kannst. Ich habe dir erklärt, wo du Bilder herbekommst. Wie du deine eigenen Kanalbilder, Thumbnails und so weiter erstellen kannst. Ich habe dir erzählt und gezeigt, wie du Keywords herbekommst. Wo du diese Keywords standardmäßig einbaust, sodass sie automatisch in jedem neuen Upload vorhanden sind. Wie wichtig die Keywords sind, wie wichtig die Videobeschreibungen sind, wo du auch die Keywords einbauen kannst und solltest. Und warum du auf jeden Fall Regelmäßigkeit in deine Videos reinbringen musst. Und dann heißt es eigentlich nur noch durchhalten und warten und dann kommen die tausend Abonnenten schneller, als du denkst. Und das Ganze kann, wenn du in einer Nische unterwegs bist, die dir Spaß macht, auch richtig, richtig Spaß machen. Noch ein paar kleine Hacks, die ich dir auf jeden Fall ans Herz legen kann. Wenn du loslegst und auch wenn du nur wenige Abonnenten hast und wenige Aufrufe, aber trotzdem irgendwann jemand beginnt, deine Videos zu liken und zu kommentieren, so schnell wie möglich reagieren. Schreibe, solange es geht und ich versuche das immer noch heute, obwohl ich über 8000 Abonnenten habe, jeden einzelnen Kommentar zu lesen, jeden einzelnen Kommentar zu beantworten und wirklich auf die Community einzugehen. Denn so baust du dir eine sehr, sehr treue Fangemeinde auf, die deine Videos weiterempfehlen, die deine Videos teilen, die deine Videos mögen. Und so wirst du nachhaltig und langfristig erfolgreich sein und baust dir außerdem noch ein wirklich tolles Netzwerk aus Menschen auf, mit denen du gemeinsame Sache machen möchtest in der Nische, in der du unterwegs bist. Wenn du ein bisschen schneller wachsen möchtest, ich habe grundsätzlich nie irgendwelche Likes gekauft, ich habe nie Abos gekauft, ich habe nie diese Dinge gemacht, Like für Like oder Abo für Abo oder Klick für Klick, denn das verwässert dir hinterher die Relevanz deines Kanals, weil diese Abonnenten ja eigentlich deinen Kanal gar nicht mögen. Also alle Menschen, die meinen Kanal abonniert haben, die haben das aus freien Stücken getan und das Wichtige ist, du musst irgendwann Reichweite aufbauen. Und es gibt einen coolen Hack, den ich mehrfach schon empfohlen habe, das ist nämlich das Programm Endlos Traffic von Erik Hüther, habe ich nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Denn da hast du die Möglichkeit mit einer sehr einfachen, aber sehr, sehr sinnvollen und funktionierenden Strategie, ich habe da auch mal ein YouTube-Video zu gemacht, wie meine Ergebnisse im Bereich der Abonnentenzahlen dann ausgesehen haben, seit ich diese Strategie genutzt habe, wie du es da schaffen kannst, organisch zu wachsen. Und das ist ein Programm, das kannst du auf jeden Fall gerne mal zu Gemüte finden. Außerdem weitere Links zum Thema Nischenfindung habe ich dir ebenfalls nochmal unten angehängt, damit du hier nicht ganz alleine gelassen bleibst. Und jetzt endlich die versprochene Übersicht der lukrativsten Nischen. Es ist fast nicht möglich im Internet diese Übersicht zu finden. Ich habe es geschafft und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Jetzt schon mal bitte das Snipping-Tool checken, denn diese Übersicht, die ist tatsächlich einmalig und ihr könnt hier sehen, welche Ressourcen bzw. welche Nischen in welchen Ländern wie monetarisiert werden. Also das heißt, wie hoch der CPM in US-Dollar durchschnittlich ist. Und wenn du jetzt hier dir das mal anschaust, in Deutschland beispielsweise und du hast einen Business-Kanal, dann hast du hier durchschnittlich 10,5 US-Dollar CPM. Bei mir sind es noch ein bisschen mehr, mit über 50, fast 60. Aber das ist zumindest ein guter Indikator, dass du auch siehst, wie unterschiedlich in den einzelnen Ländern die jeweiligen Videos bzw. Videobereiche entsprechend bewertet werden. Also wenn du beispielsweise im Bereich Online-Marketing, so wie ich, unterwegs bist, dann kriegst du in Deutschland durchschnittlich 10,5 Dollar CPM. In Kanada sind es nur 7,1. Und wenn du in Indien Videos hochlädst, zum gleichen Thema, vielleicht sogar mit dem gleichen Content, dann kriegst du nur ein Zehntel von diesem Preis als CPM. Und davon geht ja ungefähr 50% nochmal ab. Das heißt also, das ist verschwindend gering. Und so hast du schon mal einen sehr, sehr guten Überblick, wo du aktiv sein könntest, wenn du richtig viel Geld verdienen möchtest. Und das sind beispielsweise die Bereiche Business, Investing, also investieren. Das ist auch der Grund, warum sehr viele Krypto-Kanäle und Aktienkanäle in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, weil einfach hier eine Menge Geld zu holen ist, wenn du dich ein bisschen in diesem Bereich auskennst. Gesundheit ist auch immer ganz gut. Online-Marketing, wie gesagt, als weitere geht dann so ein bisschen runter. Und hier so nochmal dieses klassische Dreier-Set Insurance, Real Estate und Auto-Reviews. Also Versicherungsthemenstellungen, Real Estate, also Immobilien. Auch das ist der Grund, warum es viele ähnliche Kanäle gibt, die sich damit beschäftigen. Wie kannst du Geld mit Immobilien verdienen? Weil einfach die Menschen, die Anzeigen schalten, in diesen Themen davon ausgehen, dass die Zielgruppen wohlhabend sind. Und potenziell einfach so vermögend, dass sie zum Beispiel sich auch mal eine Immobilie kaufen oder eine Versicherung abschließen oder sich ein neues Auto kaufen werden. Wenn du also jemanden hast, der im Bereich Autohandel unterwegs ist, mehrere verschiedene Marken hat, neue Fahrzeuge hat, dann setz dich da rein, mach ein cooles Video dazu, stell diese Autos vor, mach ein paar schöne Fahrvideos davon. Wie das Auto kommt, wie es fährt, wie es sich fährt, ein paar technische Informationen, die du in den PDFs rund um dieses Fahrzeug findest. Lad das Ganze auf YouTube hoch und da hast du die Möglichkeit, durchschnittlich 16,2 Dollar zu bekommen, weil es einfach sehr emotional ist, dieses Thema und außerdem lukrativ, wenn du einmal monetarisiert bist. Also ein sehr schöner Indikator, um zu schauen, ob und in welcher Nische du unterwegs sein möchtest oder solltest, wenn du einfach Geld verdienen möchtest. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse mitnehmen rund ums Thema Online-Geld verdienen. Falls du den Like vorhin noch nicht gegeben hast, freue ich mich, wenn er jetzt noch kommt und ich möchte dich nicht alleine lassen. Wenn du also weitere Impulse und Ideen haben möchtest für coole Ideen, wie und was du überhaupt mit YouTube anfangen kannst, wie du deinen Kanal aufbaust und welche Nischen besonders gut funktionieren, dann klick gerne mal auf das linke Video. Da habe ich dir fünf wirklich krasse YouTube-Nischen, mit denen du richtig viel Geld verdienen kannst, verlinkt. Oder klick auf das rechte Video, wenn dich meine 8.000 Euro YouTube-Hack interessiert. Denn mir ist wichtig, dass du jetzt nicht sagst, jo, ist schön, sondern dass du ins Handeln kommst und loslegst mit deinem eigenen Kanal. Egal, ob du links oder rechts klickst, ich freue mich, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, alles Gute und viel Spaß bei YouTube.